Und damit willkommen zurück zur verloren gegangenen Sack A. Wir waren dabei stehen geblieben A zu sagen und ach Gott, oh Gott, die Mission. Oh Gott, ich hab sie kein bisschen vermisst, könnt ihr mir das glauben? Aber, es scheint jetzt zu laufen. Ich glaube, wir haben echt irgendwo abgespeichert, wo es läuft. Ich komm jetzt... Was? So viel dazu. Warum denn jetzt schon? Ach nee, ach wir haben schon die Vorbereitungen. Ach ja, haben wir gespeichert, alles klar. Das gibt natürlich Sinn. Ein paar mehr Leute können da nicht schaden. Das soll, wenn dann schon, funktionieren. Und kann ruhig die Spielgeschwindigkeit ein bisschen runter. Oh Gott, Sturmbock. Ah, okay, der ist nicht besetzt, oder? Sieht gut aus. Leute, auf den Turm, auf den Turm. Oh nö. Aber wisst ihr was? Kurz bevor es losgeht. Ich wollte jetzt eigentlich schon mich selbst schlagen. Aber dabei wird auch mein Mikrofon rumwackeln und es gibt dann ganz böse Stöße. Das hört ihr dann. Aber ich könnte mich selbst schlagen dafür. Dafür, dass ich mich letztes Mal so dämlich angestellt habe, was das Kaufen und Verkaufen anging. Im Übrigen wurde ich auch gefragt, warum ich nicht einfach Nahrung einkaufe. Ähm, ja, würde ich ja gerne, aber mehr als Getreide geht hier leider nicht. Und ansonsten... Ach, du Scheiße! Wollt ihr mich? Wollt ihr mich? Wie viel? Wie viel? Wunder da! Um Gottes Willen! Ihr Sackgesichter, ihr Blöden! Oh Mann, ey! Ach, du Scheiße! Glaubst es ja nicht! War es Glück, an diesem Spielstand zu laden? Ich habe jetzt einfach den neuesten genommen. Hm. Gut, ich glaube, ein anderer wird mir jetzt auch nicht sehr viel weiterhelfen. Ah, das kommt mir bekannt vor, diese Situation. Das ist doch letztes Mal abgestürzt. Kein Dramm, nimmt unser Tor raus ein. Dann macht mal was gegen diese Bösen. Günteralarm, Günteralarm. Ah, ihr geht mal ein bisschen auf sicheren Posten. Sicheren Posten? Wollt ihr nicht? Ja. Wenn es sterben Spaß macht, warum auch nicht? Hm. Oh, nö. Oh Gott, die haben jetzt alle weniger Lebenspunkte. Stimmt's, da hieß es doch, der Feind rammt unser Tor aus ein. Ihr könnt noch mal zuhören. Aber ich habe schon in der Schule bewiesen, dass ich da nicht sehr gut drin bin. Ach, wirklich? Das habt ihr ganz allein herausgewunden. Alter. Alter, die Mission. Gehtreide, gehtreide. Äh, ja. Mal bitte aus dem Weg gehen. Günter will vorbei. Scheiße. Äh, wo ist denn da? Ja, toll. Ja, ganz, na gut, die schaffen es nicht soweit. Schwertkämpfer werden auch vorher abgeschossen. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Wo kommt die denn noch von mir her? Ach, du Scheiße, du ahnst es nicht. Äh, 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 hey, wir können Schwertkämpfer bauen. Yay. Hehehe. Yay. Begeisterung. Konfetti. Ihr haltet diese Linie. Niemand wird hier durchkommen. Nicht mal meine Frau. Die vor allem. Erstes, erstes Ziel. Erst dann kommen die Gegner. Hier sind meine Schwertkämpfer gespawnt. Ach, auch hier. Okay. Vielleicht schaffen wir es ja. Hier, guck mal, es gibt Gaukler. Wir könnten natürlich jetzt auch mal kurz eine Produktionskette einstellen. Zum Beispiel das Pech. Alter, jetzt macht er mir noch das Tor aus. Das hört er auch. Ey, dieser scheiß Sturmbock. Du mieser Penner. Dieser miese Penner. Waffen benötigt. Ernst? Ah ja, stimmt. Rüstung immer begräßt. Wir folgen euch, Hermann. Sehen zu mir. Oh, oh, oh. Legt mich doch am Arsch. Was wünschst du? Ja, sag A. Ja, sag A. Oh, fuck. Lordi. Du schaffst es. Du bist dein Übermensch. Ich weiß es. Der Vollschlucker könnte auch mal helfen. Ja. Der letzte Spielstand war vier Minuten vorher. Aber das hier müsste zu schaffen sein. Es ist auf jeden Fall zu schaffen. Wenn wir rechtzeitig diese beschissenen Sturmbar geschossen bekommen. Können wir noch ein paar Steine kaufen? Ihr habt nicht genügend Gold. Wir kriegen noch ein bisschen Pech weg. Ein bisschen Getreide müssen wir aber auch noch kaufen. Ne, das reicht noch eine Weile. Ihr habt nicht genügend Gold. Noch ein Türmchen. Wir brauchen noch einen weiteren Turm. So nebendran oder so ran? Hm. Hm. Ja komm, so ist gut. Machen wir noch einen zweiten so dran. Zack. Eure Lordschaft. Hier noch ein paar Leute dazu. Die Truppen des Schweins greifen an. Hier gehen viele Bogenschützen jetzt schon mal gleich im Vorhinein da rüber. Und vielleicht kriegen wir echt schon die Baumeister weit genug abgeschossen, bevor sie die Sturmbar richtig besetzen. Dann. Ne, kein Holz. Oh Gott, ja Holz. Holz, stimmt. Da war was. Ne, wisst ihr was? Wir können jeder Armbrust gebrauchen. Mir wurde auch schon gesagt. Hat ja auch jemand gemeint. Wenn das ja ein Livestream wäre. Ich hätte die ganze Zeit Holz in den Chat geschrieben. Das ist gar nicht geschrieben. Schreiend geschrieben. Wie viel brauchen wir noch? Kein Holz. Ja, wir hatten jetzt eine ganz lange Zeit kein Holz. Wenn wir jetzt versagen, dann wissen wir woran es liegt. Zur Stelle. So. Geht jetzt mal alle da rüber. Sogar noch ein paar. Eure Befehle? Wir brauchen jetzt ganz viele Leute dort. Bin zur Stelle. Hier gehen viele Bogenschützen jetzt da hin. In Bewegung. Na gut, Armbrustschützen können da auch nicht schaden. Ich habe halt hauptsächlich viele Bogenschützen genommen, weil sie schnell da drüben sind. Wir haben doch jetzt, glaube ich, auch die Lanzen, die wir brauchen, oder? Ah, ne, Pieken. Ne, wir brauchen 90. Blöd. Blöd. Und windraurig. Jetzt läuft es mal wieder schön. Hier läuft es auch so weit. Komm, gib mir die volle 40. Pflanzenträger. Hm. Komm, nochmal ein bisschen Holz. Dann Getreide. Kommt dann auch bald nochmal welches rein. Jeder Fernkämpfer wird uns hier den Arsch retten. Glaubt mir. Der ist unsere Frau, Anna Glöckner. Wir sind verloren. Hm. Ritter. Hm, haben wir überhaupt noch Ritter irgendwo? Sind die verloren gegangen? Ja, diesmal sind die Belagungsgerichte lustig aufgebaut. Liegt das in meiner Turm? Stellung? Wird sich blöd an. Okay, die kriegen wir weg. Irgendwas stimmt mit diesem Pfeilschweifen nicht so ganz. Scheiße, das Katapult. Fuck. Fuck. Das ist gemein. Das ist gemein aufgestellt. Hm. Kriegen wir noch repariert? Ja, wir kriegen noch repariert. Aber jetzt ist hier bald offen. Wir haben halt bald Tag der offenen Tür. Oh, Mann. Hm. Mal gucken, ob wir das heute in der Aufnahme noch schaffen. Ich hätte eigentlich vor, die nächste Mission zu starten. Hm. Nee, wir kriegen das Katapult da nicht. Dieses miese Sack. Doch, irgendwo wird einer angedrungen. Lass bloß meine Produktionsgebäude in Ruhe. Ich warne euch. Ich habe eine Frau. Und ich werde nicht zögern, sie einzusetzen. Au, Ficken. Nein. Also, naja, das ist jetzt nicht die Waffe, mit der ich schmeißen will, aber... Alter. Was war das jetzt? Ihr miesen Penner mit euren Kack-Katapulten. Euren Kack-Katapulten. War das ein Pieken? Nee, das war ein Teilmacher, oder? Ey, ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch so. Moment mal. Moment mal. So, nochmal der ganze Spaß. Wenn es jetzt nicht klappt, dann gebe ich es auf und wir starten die 5 Minuten früher. Und zwar, indem wir Holz kaufen. Unter anderem. Ich habe kurz vorher... Ich habe schon meine Aufnahme gestattet. Die ging 1-2 Minuten. Da habe ich angefangen, damit mich selbst zu schlagen. Und dann habe ich gemerkt, wie stark das Mikro ausgeschlagen ist. Und dachte mir, oh, oh. Das wird böse für die Ohren. Das möchte ich jetzt auch nicht antun. Äh... Von daher, von daher, von daher... Stein wollten wir haben. Jetzt machen wir es so. Ihr kommt da runter. Runter da. Runter von meinem Rasen. Wir lassen diesen einen Turm. Wir machen aber den größeren hin. Größer ist besser. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Das Volk liebt euch, mein Lord. Können wir eine Zeit lang auch mal die Steuern kurz hochstellen. Können sie uns erlauben. Wie viel... Ah, ganz knapp. Wegen einem Steinchen. Das darf doch nicht wahr sein. Weil ich hätte da jetzt wirklich gerne ein größeres Türmchen. Das war aber... Ne, das war nur ein Pikenmacher, den wir verloren haben. Das ist nicht so schlimm. Bogenmacher ist teurer. Jetzt dürfte es gehen. Ach, nö. Jetzt aber. Meine Güte. Macht mich nicht wahnsinnig. Ich warne euch. So. Bin zur Stelle. Jetzt. Waffen geschultert. Wenn es jetzt nicht klappt, dann ist alles zu spät. Rücken aus. Bogenschützen bereit. So. Hier kommt ein guter Teil rüber. Da haben wir noch ein paar Bogenschützen. Wir wissen jetzt, was uns erwartet. Schweins greifen an. Wieder von da oben. Mal gucken, wie wir jetzt auch ein Mist aufbaut. Das speichern wir jetzt nochmal so. Und speichern. Optimaler kann man das jetzt fast nicht mehr machen. Ich hoffe, ihr baut jetzt nicht wieder irgendwie Kacke auf. Aber der Turm gibt jetzt auch ein kleines bisschen mehr Reichweite als die alten. Ach, Hallöchen. Euch gibt es ja auch noch. Ach, fickt euch doch. Wieso habe ich die ver... Und es ist kein Weg zu weit. Stimmt, da waren sie ja. Die standen bestimmt die ganze Zeit dort, oder? Ey, Mann. So viel zum Thema hätten wir schon besser machen können. Ich glaube, die kommen jetzt gar nicht mehr rechtzeitig, um die Baumeister abzuholen. Scheiße. Malisten oder so können wir nicht b-b-b-b-b-bauen. Ha, jetzt bauen sie es wieder hier hin. Tschüss, ihr Bastarde. Jetzt trefft sie aber bitte auch. Ja gut, ein bisschen was wird getroffen. Aber mir kommt es sowieso so vor, als ob die KI hier auch mit weniger Baumeistern oftmals einfach bauen kann. Aber hier... Viel besser. Viel besser. Ha. Dieser Duft von kaputten Belagerungsgeräten am Morgen. Herrlich. Hm. Wehe, der Sturmburg bewegt sich, ey. Da waren nie und nimmer so viele Baumeister übrig. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ich würde gerne reparieren. Na, geht schon so. Wir brauchen mehr. Warum braucht ihr denn so lange? Für tolle Armbrüste. Das gibt's doch nicht, dieser Kack. Aber den kriegen wir schnell kaputt. Dank dem Armbrütschützen. Hagel. Zack. Hat sich's ausgerammelt. Oh, kleiner Sündenbock. So. Die stehen jetzt lustig da. Wir haben nur noch wenige Fernkämpfer hier. Die Sätze halten wir mal auf, bevor sie zu viel Schaden anrichten. Das ist nur zu eurem Besten. Okay. Jetzt wird man soweit noch abgewehrt. Gucken wir mal auf 50. Oh. Ja. Tschüss, liebe Ritter. Arme Ritter, arme Ritter. Hm. Den Turm können wir, glaube ich, auch vergessen, oder? Da müsste jetzt schon noch ein Gründer passieren, dass der noch gerettet wird. Oder? Das ist schwer zu sagen. Wenn wir jetzt die Schwertkämpfer alle rechtzeitig abgeschossen kriegen, das könnte noch funktionieren. Wir gehen jetzt gleich sehr, sehr viele drauf. Äh. Ich möchte mich nicht drauf verlassen. Alle Mann. Alle Mann runter. Du da. Was fällt dir ein? Boah, ey. Was? Ach ja, jetzt gehen sie da durch, natürlich. Das ist keine Scheiße. Sex kriegen wir auf jeden Fall. Ich mag Sex. Ja, es sieht aber auch immer noch okay aus. Der hier, der ist wirklich an der Schwelle des Todes. Oh, eingerannt. Da eingerannt. Gut, die müssen hier erstmal vorbei. Das kriegen wir eventuell noch. Wir folgen euch, Herr. Und los! Ja, sterbt einfach alle. Das ist schon okay. Okay, und gegen. Ha, ha. Das könnte klappen. Das könnte funktionieren. Das ist schon der letzte Schlacht. Alter. Oh nein, die armen Bäume. Scheiße. Ist doch egal, dass deine Familie gerade im Hintergrund niedergemetzelt wird, aber die haben Bäume. Oh, und der Feuerschlucker, der ist echt toll. Der Bade ist wirklich geroll. Ihr habt sie alle nicht mehr. Ihr habt doch alle einen Schatten in der Bode. Schwertkämpfer, bitte. Alle an die Front. Das ist mehr als 300 Style gerade. Und der Gaukeler, der spuckt hier hinten Feuer. Und, was sagst du lieber? Oh, Gabriel Wildmann. Wenn ich dich nicht hätte. Wir haben jetzt glatt nicht mitgekriegt, dass die Bäume ihre Blätter verloren haben. Welche Bäume überhaupt? Oh. So. Aktion Wiederaufbau. Äh. Ja. Ist ja sogar egal, welche Missrichtung. Muss nicht unbedingt Wiederaufbau-Ost sein. So, Holz. So. Jetzt, 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 jetzt. Ja, mit dem Zeug. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Eine Botschaft von euren Informationen. Ey, das ist so eine Scheiß-Mission, ey. Unglaublich. Ich könnte... Was? Warum gehen das jetzt da rüber? Boah. Waffen kann man brennen. Oh, oh. Ey, stellt euch jetzt mal vor. Ich hätte... Ich habe jetzt nämlich gerade mit dem Gedanken gesp... Wow, wow, wow. Schwertkämpfer. Ich habe im Ernst mit dem Gedanken ges... Das gibt es doch wohl nicht. So ist das hier rüber ausgebrochen? Ich glaube nicht, oder? Ne, das sieht nicht so aus. Okay, ich nehme alles zurück. Das wurde jetzt schon ausgesprochen. Aber ich hatte jetzt wirklich mit dem Gedanken gespielt. Wir brauchen jetzt eh viel Holz. Wir müssen jetzt viele Sachen wieder aufbauen. Ich habe jetzt wirklich ganz im Ernst mit dem Gedanken gespielt. Hmm. Ich könnte jetzt meine Brunnen, Leute, wegmachen, um Schwertkämpfer zu bauen. Ey, stellt euch mal vor, wir hätten das jetzt geschafft und ganz, ganz knapp abgewehrt. Ihr wollt nicht wissen, wie ich jetzt geschrien hätte. Ich glaube, das hättet ihr bis zu euch nach Hause gehört. Und das ist egal, wo ihr wohnt. Das ist, glaube ich, sogar das Land zweitrangig. Der Kontinent. Scheiß drauf. Ihr hättet es gehört.